Budgeting mit Bürgergeld spaltet die Gemüter und deswegen wollte ich es genau wissen und habe mich mit jemandem ausgetauscht, der Bürgergeld erhält, nämlich eine alleinerziehende Mama mit ihren drei Kindern. Erst einmal hat sie mir gesagt, dass sie drei Zahlungseingänge über den ganzen Monat verteilt hat, weswegen meiner Meinung nach Budgeting nur als Wochenbudget Sinn macht. Dieser Mama mit drei Kindern stehen insgesamt 1634 Euro und ein paar Cent an Bürgergeld zur Verfügung. Darin enthalten ist allerdings die Miete, die direkt an den Vermieter gezahlt wird. Enthalten darin ist die Kaltmiete, die Nebenkosten, aber auch zum Beispiel die Abfallgebühren. Außerdem wird von dem Bürgergeld dann auch die Sozialversicherungsleistungen gezahlt, wie zum Beispiel die Krankenversicherung. Und es erfolgt noch eine Rückrechnung der Bürgergeldbezüge wegen Erhalt von Kindergeld und Unterhalt. Das heißt, unterm Strich bekommt sie dann nur noch 539,73 Euro Bürgergeld. Zu dem Bürgergeld kommen dann noch 750 Euro Kindergeld dazu und 555 Euro Unterhalt. Heißt, unterm Strich hat sie Einnahmen in Höhe von 1.844 Euro. Davon müssen allerdings auch noch die restlichen Fixkosten bezahlt werden. In ihrem Fall wären das rund 780 Euro jeden Monat. Heißt, nach Abzug aller Fixkosten hat sie dann noch 1.064 Euro für den Monat zur Verfügung für vier Personen. Und ich finde, das ist ganz schön hart. Denn davon muss sie ja Lebensmittel, die Mobilität, Freizeit shoppen und so weiter bezahlen. Darum habe ich mir überlegt, wie würde ich das Ganze in ihrem Fall handhaben. Also wie gesagt, für mich wäre es dann definitiv nur das Wochenbudget, das in Frage kommen würde. Entweder würde ich all das Geld, das mir zur Verfügung steht, zusammenziehen und dann auf die Wochen einteilen. Denn wären rund 250 Euro pro Woche, was für vier Personen halt wirklich nicht viel ist. Oder ich würde mir das in einzelne Variablen aufteilen, wobei ich allerdings Lebensmittel und Mobilität trotzdem als Wochenbudget betrachten würde. Für Lebensmittel habe ich hier mal 600 Euro veranschlagt. Für die Mobilität habe ich mit 150 Euro im Monat gerechnet. Dabei ist es ja egal, ob man sich Fahrkarten für die öffentlichen Verkehrsmittel kauft oder auch mit dem Auto tanken fahren muss. Diese beiden Kategorien würde ich mir, wie gesagt, als Wochenbudgets einteilen, damit ich da auch wirklich jede Woche den entsprechenden Betrag zur Verfügung habe. Ansonsten würde ich mir gar nicht so viele Kategorien einteilen. Ich habe hier noch mit der Kategorie Freizeit gerechnet. Wer Kinder hat, möchte natürlich auch in der Freizeit etwas mit ihnen unternehmen. Dann die Kategorie Shoppen mit 50 Euro, was auch sehr knapp kalkuliert ist, wenn man drei Kinder hat, weil man weiß, eigentlich braucht man da immer was. Und in Sonstiges kann dann auch alles andere mit reinzählen sein. Es ist jetzt die Haustiere oder aber auch das Geld für Zigaretten. Denn ich möchte einem Bürgergeldempfänger nicht sein Recht auf Nikotin absprechen. Und diese Kategorien würde ich dann in einem Monatsbudget aufteilen. Man muss hierbei ja auch bedenken, dass sie drei Zahlungseingänge über den ganzen Monat verteilt hat. Das heißt, sie muss sowieso gucken, an welchem Zahlungseingang zahlt sie welche Fixkosten und wie viel Geld bleiben ihr dann noch für die variablen Kosten zur Verfügung. Geld einplanen zum Sparen ist meiner Meinung nach hier nicht möglich. Das einzige Sparpotenzial, das ich sehe, ist, wenn man nach seinen Wochen- und Monatsabschlüssen einfach mal rekapituliert, wie viel Geld habe ich jetzt noch übrig und kann ich davon irgendwas in Challenges oder Sparziele packen. Wobei man bedenken muss, dass Bürgergeldempfänger nicht mehr als ungefähr 2500 Euro überhaupt sparen dürfen. Das heißt, selbst wenn man es schafft, regelmäßig viel Geld zur Seite zu legen, eine höhere Summe als 2500 Euro, dürfen sich Bürgergeldempfänger nicht zur Seite legen. Zudem sind Bürgergeldempfänger auch noch in dem Sinne eingeschränkt, dass sie ihr gespartes Geld gar nicht auf Tagesgeldkonten oder auf das Girokonto einzahlen können. Denn jeden Zahlungseingang muss man entsprechend beim Jobcenter auch dokumentieren und entsprechend begründen. Das heißt, hat man es wirklich mal geschafft, 200-300 Euro zu sparen und möchte die gern auf dem Konto einzahlen, damit man zu Hause nicht so viel Geld rumzuliegen hat, könnte das eventuell bedeuten, dass man im nächsten Monat weniger Bürgergeld bekommt. Ein Wort noch von mir zum Schluss. Die ganze Diskussion rund um Bürgergeld und Budgeting mit Bürgergeld, die hier in den letzten Tagen auf TikTok so aufgekommen sind, finde ich wirklich unmöglich. Wir kennen nicht die Hintergründe oder die Lebensumstände der Menschen selbst, wenn sie ihre Budgetplanung hier auf TikTok mit uns teilen. Und wir haben nicht das Recht dazu, jemanden für das, was er ausgibt oder was er spart, zu verurteilen. Jeder von uns kann in die Situation geraten, Bürgergeldempfänger zu werden. Ob man von dem Geld jetzt leben kann oder nicht, das soll jeder selbst beurteilen. Mein Fazit ist, ja, man kann von dem Geld sicherlich leben, aber ein sorgenfreies Leben ist das definitiv nicht. Nun ist es für das Rest. Jetzt wird es für das Recht. Auch wenn ich die Nominier nicht verletzt.